Hallo zusammen, ich bin DJ Bobo. Heute sehr förmlich, denn ich habe ein Buch geschrieben. Oder viel besser, ich habe ein Buch erzählt. Und Judith Langhans hat es geschrieben. Sensationen. Unglaubliche Storys, die ihr nie für möglich halten würdet von mir. Zum Beispiel war ich Pornostar, das Zimmerstundenkind aus Kölliken. Ich hatte die Frisur von Sophie Morceau. Greift das Seil und putzt die Fensterscheibe. Reich sein, nur auf dem Papier. Michael Jackson, die History World Tour. Mit uns. Boah, unglaublich. Und zu guter Letzt, Miss Doriel. Mit einer Zeitmaschine, durch Raum und Zeit. Boah.